Hallo, ich bin Dirk und ich möchte euch heute etwas über die Bangle JS2 erzählen. Bangle ist englisch und steht für Armband oder Armreif und die Bangle JS2 ist eine intelligente, eine Computerarmbanduhr, eine Smartwatch, aber nicht irgendeine. Sie hat einige interessante Eigenschaften und die möchte ich euch heute zeigen. Fangen wir einfach mal damit an. Wie wird die Uhr geliefert? Das ist hier die Schachtel und in der Schachtel ist drin, was man halt zum Starten so braucht. Da ist eine Kurzanleitung, ein paar Aufkleber, die Uhr selbst natürlich mit ihrem Armband und dem Ladekabel. Das Armband muss man erst an der Uhr anbringen, das ist aber eigentlich kein größeres Problem. Und dann kann man die Uhr auch schon starten. Geladen wird sie mit einem speziellen Ladekabel, das an der Uhr magnetisch hält und dann aber an jeden beliebigen USB-Anschluss angeschlossen werden kann. Auch bei den Armbändern hat die Bangle JS2 einen Standardanschluss. Ich kann mir also beliebige Armbänder kaufen, solange sie 20 mm Stegbreite haben. Das habe ich hier bei meiner Uhr schon gemacht und damit trägt sie sich gleich noch angenehmer als mit dem mitgelieferten Armband. Die Hardware der Bangle JS2 ist so, wie man sich das von einer Smartwatch heutzutage erwartet. Es gibt ein Farbdisplay mit 176 x 176 Pixeln. Das Ganze ist ein Touchdisplay. Ich habe einen Vibrationsmotor eingearbeitet, damit ich Alarme mitkriege. Ich habe 256 KB Hauptspeicher und 9 MB Festspeicher. Das ist für so eine Armbanduhr mehr als ausreichend. Und dann habe ich Sensoren. Einmal das GPS, ein GPS-Empfänger und dann Sensoren für Beschleunigung, für Luftdruck und für den Herzschlag. Und ich habe auch noch ein Magnetmesser eingebaut. Das heißt, ich habe eine Kompassfunktion in der Uhr. Und dann gibt es zwei Sachen, die sind besonders spannend. Zum einen eben das Display. Das geht nämlich nie aus. Das ist immer an. Das heißt, ich kann jederzeit beispielsweise die Uhrzeit ablesen. Das ist ja eigentlich etwas, was man von einer Armbanduhr erwarten sollte. Aber bei Smartwatches ist ja leider bis heute nicht alltäglich. Und zum anderen hält die Batterie ziemlich lang. Vier Wochen, sagt die Anleitung. Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber sieben bis zehn Tage sind locker drin. Und das ist für eine Smartwatch eigentlich gar nicht schlecht. Die Bedienung der Uhr ist relativ einfach. Es gibt einen Knopf am Gehäuse, da drückt man drauf, dann kommt man in den Programmstarter. Da kann man dann hin und her wischen und eins der Programme, die dort sind, starten. Man kann da auch in die Einstellungen gehen und die Einstellungen der Uhr oder einzelner Programme ändern. Was ist jetzt das Besondere an der Bangle.js 2? Nun, sie läuft nicht mit einem der Betriebssysteme, die man so üblicherweise erwarten würde, also Android oder iOS, sondern setzt stattdessen auf eine Systemumgebung mit dem Namen Espruino. Das ist im Kern ein JavaScript-Interpreter für Microcontroller, der bereits seit 2012 in Entwicklung ist. Hauptentwickler und Kopf dahinter ist der Britte Gordon Williams. Und im Laufe der Zeit hat es schon eine Reihe von Geräten gegeben, die mit dieser Systemumgebung laufen. Jetzt als Neuestes eben die Bangle.js 2. Viele von denen crowdfinanziert über Kickstarter, so auch in diesem Fall. Natürlich gibt es auch bei der Bangle.js 2 Apps zum Nachladen auf die Uhr. Dafür braucht man einen App-Loader, so heißt das bei der Bangle.js 2. Und das ist eine Webseite und über die kann man dann sehr einfach Apps auf die Uhr hochladen. Man braucht dafür nur einen Computer oder ein Smartphone oder wie in diesem Fall ein Tablet mit einer Bluetooth-Schnittstelle und muss einen der unterstützten Browser nehmen. Das sind Chrome, Opera oder Edge. Einen von denen braucht man, weil das die Browser sind, die Web-Bluetooth unterstützen. Das heißt die Möglichkeit, dass Webseiten direkt lokal über Bluetooth kommunizieren können. Und das macht dieser App-Loader dann eben auch mit der Smartwatch und kann dann direkt Apps auf die Smartwatch hochladen und auf der Bangle.js installieren. Es gibt noch etwas, was bei der Bangle.js anders ist als bei anderen Smartwatches. Sie ist, wie das gesamte Esproino-Ökosystem, Open Source. Das heißt, alle Software-Bestandteile liegen im Quelltext vor und man kann sich jederzeit angucken, wie die Programme funktionieren. Im App-Loader gibt es dafür sogar bei jeder App einen eigenen Knopf und wenn man auf den draufdrückt, kommt man direkt zum Quelltext der entsprechenden App. Dadurch ist es auch sehr einfach, selber Programme für die Bangle.js zu schreiben. Es gibt eine einfache Entwicklungsumgebung, die direkt im Browser läuft und die man auch direkt aus dem Internet aufrufen kann. Und wenn man die geladen hat, dann verbindet sie sich genauso wie der App-Loader über Web-Bluetooth mit der Bangle.js. Und dann kann man in dem Quelltext-Editor einfach anfangen, loszuprogrammieren, kann die Software dann in die Bangle.js übertragen und dort sofort laufen lassen. Und dann sieht man halt sofort, wie das Programm läuft und es gibt sogar die Möglichkeit, wenn man auf die Hardware-Uhr gerade nicht zugreifen will, das Ganze im Emulator direkt in der Entwicklungsumgebung auszuführen. Auf die Kickstarter-Kampagne für die Bangle.js 2 bin ich im Herbst 2021 aufmerksam geworden. Dann hatte ich mich daran beteiligt und habe dann im Dezember 2021 auch meine Uhr gekriegt und seitdem benutze ich sie auch als Armbanduhr, ganz normal, tagsüber und bin sehr zufrieden damit. Also man merkt, dass da vieles noch sehr jung ist, dass das ganze Projekt gerade erst so richtig anfängt, dass viele Programme noch relativ einfach sind, und dass auch die Integration mit dem Android- oder iOS-System sicherlich noch einiges an Potenzial hat. Aber das ist eben genau der Punkt. Es ist einfach sehr viel Potenzial da. Wenn man momentan Englisch schon gut kann, weil einfach sehr viele Sachen momentan rein in Englisch verfügbar sind und sich da so ein bisschen reinarbeiten will, also wenn man da so nerdmäßig drauf ist, dann ist dieses Ding momentan einfach eine einzige riesengroße Spielwiese. Aber auch Menschen, die gar nicht großartig selber programmieren wollen oder sowas, sondern die einfach nur eine Smartwatch wollen, mit der sie nicht auf Android oder iOS festgelegt sind, wo sie jederzeit die Uhrzeit ablesen können, weil das Display halt nicht ausgeht, und die nicht ständig an irgendein Ladegerät muss, dann ist das eigentlich auch heute schon was, auch für solche Leute. Also die können sich das auch ruhig schon angucken. Und ja, Stichwort angucken und kaufen, das ist eben der Punkt. Die Bengel.js 2 war ja, wie gesagt, ein Kickstarter-Projekt, das ist mittlerweile durch, und jetzt muss halt weitere Hardware produziert werden. Das ist momentan der Fall und der Webshop sagt auch, dass also im ersten Quartal 2022 neue Uhren verfügbar sein sollen und dann wird man sie ganz normal über den Esproino-Webshop kaufen können und man kann sich wohl heute schon in eine Liste eintragen, dass man informiert wird, wenn es soweit ist. Und das kann ich also nur empfehlen, wenn ihr jetzt denkt, das ist eine spannende Uhr, dann macht das einfach und guckt, dass ihr auch an so eine Bengel.js 2 kommt. Damit wären wir am Ende meines ersten Videos über die Bengel.js 2. Es dürfte auch wohl eins der ersten Videos überhaupt über diese Uhr auf Deutsch gewesen sein und deswegen interessiert mich natürlich besonders, was sagt ihr? Klingt das nach einem interessanten Produkt? Wollt ihr mehr wissen? Schreibt mir gerne Fragen oder Kritik in die Kommentare. Freut mich immer. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das ist eine digitale Armbanduhr und ich habe meinen Text völlig vergessen. Das wird ja lustig.